So, da wären wir wieder zu Sins of the Solar Empire. Äh, ja, meine Flotte ist hier fast angetroffen, zumindest das Großkampfschiff. Die Flak-Fregatten schleichen hier hinterher. Wenn meine Flotte hier erstmal angekommen ist... Ich kann nur immer wieder sagen, es ist was langfristiges und dauert auch genauso lange. Ah, hier, das Schiff ist angekommen. Ich lasse erstmal noch hier, weil es könnte nämlich sein, dass auch von hier Gegner ankommen. Also von zwei Planeten, hier von den beiden, das ist ja von mir hier schon gesichert. Sicher ich jetzt nachher nochmal hier diesen Asteroiden. Wo soll ich hin? Ah, was brauchen die denn so lange? So, jetzt sind sie endlich da. Schicke ich sie erstmal hier hin. Dass sie geordnet sind. Wir sind unterwegs. Guter Plan. Genau, bis zum Rand. Ja, das hier ist die Blase, in der wir bauen können, sag ich jetzt mal. Und das hier ist die maximale Reichweite für die Raumschiffe. Wie weit sie sich also vom Planeten entfernen können, sag ich jetzt mal. Ah, okay. Okay, ich kann die orbitale Veredelung bauen. So, das ist jetzt diese Raffinerie. Die produziert auch noch Raffinerie-Schiffe, das heißt, wir werden hier zwischen nachher noch mehr Verkehr haben. Hier fehlt mir Logistikkapazität, genau wie hier. Aber die Raffinerie-Schiffe fliegen immer nur von den Extraktoren, sag ich jetzt mal, zur Raffinerie hin. Und hier steht auch, Raffinerie-Quote 1 von 3. Ich hab jetzt eine Raffinerie und ein, äh, Extraktor kann bis zu 3 Raffinerien versorgen. Also wenn ich hier jetzt noch 2 weitere hinsetzen würde, dann wäre die Raffinerie-Quote dann 3 von 3. Wo soll ich hin? Doch, sind sie fast da. Weil wenn ich sie nämlich erstmal hier sammle und dann zum Sprung starte, dann springen sie einigermaßen gleichzeitig. Und nicht mit so großen Abständen, dass man erstmal 5 Minuten warten muss, bevor die ganze Flotte überhaupt eingetroffen ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Mal Jäger reinholen. So, jetzt sind sie da. Einmal hierhin, bitte. Ihr seht, starten sie jetzt, äh, einigermaßen gleichzeitig. Hier, die hier ganz besonders. Ja, es war immer noch ein großer Unterschied. Ich hab's bis jetzt noch nie richtig hinbekommen, dass sie wirklich, äh, gleichzeitig, beziehungsweise parallel springen. Aber, ich glaub, das schafft man noch nicht so richtig. Äh, meine Kultur verbreitet sich immer noch. Ist noch nicht mal bis zu meinen eigenen Planeten angekommen. Bauwerk komplett. Okay, die Raffinerie ist hier jetzt fertig. Das ist jetzt hier die Raffinerie. Schön mit Smogwolken. Und hier ist jetzt so ein Raffinerie-Schiff. Das fliegt jetzt zu den einzelnen Asteroiden. Momentan ist der da vorne dran. Wie man hier an der Flugrichtung auch schon sieht. Und, joa. Hier ist das nächste Raffinerie-Schiff. Das fliegt dann jetzt zu einem der anderen Asteroiden. Und so weiter. Und so weiter. Tja. Gibt's hier noch irgendwas zu erfolgen? Aha. Handels- und Raffinerie-Schiffe, Frachtkapazität, bla bla bla. Militär. Hier könnte ich mal vielleicht eventuell was machen. Korsov, Ferseliv, Zeitbomben. Oh, Hangarverteidigung. Das ist so eine Defensivplattform, wo so Jäger mit gestartet werden. Oder hier Reparaturwerft. Da werden dann die Schiffe mit repariert, wenn sie in der Nähe sind. Joa, ich hab jetzt die Wahl. Ich könnte hier so ein paar Schiffe machen. Oder hier jetzt Reparaturwerft oder Hangarverteidigung. Nehme ich mal die Hangarverteidigung. Und wie ihr seht, fliegen jetzt hier auch schon fleißig die Raffinerie-Schiffe rum. Hier steht jetzt auch schon, Ertrag von Raffinerien an Metall 0,1 pro Sekunde. Und bei Kristall ebenso. Ach, meine Flotte ist jetzt gleich angekommen. Phasensprung abgeschlossen. Ey, ist doch langweilig. Keine Gegner und ein neutraler Asteroid. Ist doch langweilig. Noch nicht mal ein Raumkampf ist jetzt mit drin. Also ich glaube, damit man hier richtig gefordert ist, müsste man das schon auf Mittel oder auf Schwer spielen. Weil sonst dauert das ultra lange. Und man ist irgendwie so gar nicht gefordert. Ach ja, dann erobern wir mal hier diesen toter Asteroid. Der kann nicht sehr viel Bevölkerung beinhalten. Guckt euch mein Asteroid an und mein Hauptkampfschiff im Größenverlag. So, das ist jetzt der Planet. Das habe ich hier gedacht. Keine Ressourcen, Asteroiden, kein gar nichts. Boah, wie, ich kann gar nichts bauen? Ich kann gar nichts bauen? Was ist das denn? Nur Verteidigung? Ja, schon abgeschlossen. Ey, da mache ich halt nur Verteidigung hier. Zack, 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 zack. Und das war es auch schon wieder. Weiterer Ausbau des Planeten erforderlich. Ist doch langweilig. Kann ich denn wenigstens erforschen? Wo soll ich hin? Guter Plan. Ja, hier habe ich dann mal so eine Verteidigungslinie. Ich weiß jetzt nicht, soll ich den... Oh, da gibt es schön viel... Hier gibt es sehr viel Metall. Hier gibt es sehr viel Kristall. Die könnte ich ehrlich gesagt beide gebrauchen. Aber Kristall ist gerade eher wichtiger, würde ich sagen. Weil Kristall habe ich gerade mal 1,6 an Ertrag. Und Metall habe ich 2,6. Äh, müsste ich mal gucken. Ja, so ein neues Großkampfschub wäre nicht schlecht. Hier so Dunhof Schlachtkreuzer. Die gefallen mir ehrlich gesagt vom Aussehen, vom Design her am besten. Ich könnte hier aber auch so Sova-Träger, so einen Flugzeugträger im All quasi bauen. Aber da fehlt mir noch ein bisschen Geld für. Bauwerk komplett. Keine großen Werft verfügbar. Keine Kapazität. Dann erhöhe ich sie mal. Ich will hier Rundumschutz haben. Was? Das gibt es doch nicht. Guck, gerade mal 2 Stück bauen. Ach so, Geld fehlt. Na, das ist was anderes. Was? So. Zack, zack. Oh, jetzt fehlt mir Metall. Das ist am Anfang hier immer das Schreckliche, dass man so wenig nur zur Verfügung hat. So, jetzt habe ich einmal eine Kondumverteidigung. Kondumverteidigung. Oh, was ist das denn? Dominanzmanifest. Holographische Dokumente von unbekannten Ursprungs sagen ihr Imperium voraus, dass eine Macht der Galaxie zu werden. Kulturverbreitung und Widerstand gegen feindliche Kulturen erhöhen sich. Jawohl. Also, so hat sich das eigentlich schon gelohnt, weil das heißt dann nämlich jetzt, ähm, Kulturverbreiterung und Widerstand gegen feindliche Kulturen erhöht sich. Das heißt, meine Kultur hier müsste sich jetzt eigentlich etwas schneller verbreitern. Planetenentwicklung abgeschlossen. Dort tut sie auch, aber nicht so wirklich sichtbar. Aber der Widerstand gegen feindliche Kulturen, das müssten dann entweder solche Neutralen sein, so wie die hier. Oh, hier gibt es auch schon eine schöne Flotte. Das sieht schön aus. Jetzt fliege ich mal hier oben hin. Jetzt expandiere ich mal etwas. Hier kann ich leider gar nichts bauen. Ich könnte jetzt mal so beknackt sein und mit meinem Kolonieschiff mal versuchen, hier hin zu fliegen. An alle. Vorbereitend zum Phasenraum. Ehrlich gesagt, ich brauche es jetzt auch nicht mehr. Asteroidengürtel. Hier ist auch nichts drin. Also ganz ehrlich, wir sind ein paar, bis ich da hinten bin. Das ist ein Asteroid. Mal ganz ehrlich, bis ich da hinten bin, brauche ich das Kolonieschiff. Und ich kann nicht mehr in der Zeit ein neues bauen, also schicke ich es einfach mal hier hin. Wie kann ich den? Tut mir leid, dass in diesen Partsets hier sehr wenig passiert. Aber ich kann es nur immer wieder sagen. Oh, wie guckt denn der Sucher hier rein? Kampfbereit. Da passt doch meine Flotte sowas von gut auf. Die hier ist aber gleich da. Im Moment, Eisplatten, Planeten kann ich doch kolonisieren, oder? Ja, kann ich. Das hier wäre mal nützlich. Dann kann ich nämlich auch Vulkanplaneten kolonisieren. Weil das hier ist nämlich einer. So, meine Flotte ist gleich da. Phasensprung abgeschlossen. Oh ja, das sieht doch mal schick aus. Langsam voraus. Dann geht mal los hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon so ein paar Garda-Flag-Fregatten in Aktion gezeigt habe. Hier, das sind jetzt diese Schütze. Ich sehe es eine Raketen-Fregatte. Gibt es jetzt? Oh, die haben auch... Ja, das mache ich auch mal. Dafür fehlt mir leider das Geld. Na, Kobold leichte. Als nächstes mache ich hier diese Flag-Fregatten platt. Weil die nerven mich ein bisschen. Bomben-Fregatte, die ist nur zum Bombardieren gut. Ja, hier die Flap-Fregatte als nächstes. Oh, es sind nicht mehr viele Erfahrungspunkte. Dann ist mein Schiff schon Level 5. Das ist gut. Das sieht man da hier auf der rechten Seite. Panzerung, Schadensminderung, Erfahrungspunkte. Da habe ich 1010 von 1500. Also nur noch 490 Punkte. Und hier sieht man Erfahrungswert. Also wenn das Schiff, das jetzt zerstört, kriegt es 50 Punkte. Also könnte es passieren, dass wenn... Ja, dass wenn das Schiff hier fertig ist, wenn die Flotte hier fertig ist mit Zerstören... Wow! Hilfe! Meine Fregatte ist fast gegenüber. Ganz ehrlich, ich könnte jetzt noch ein Postkampfschiff gebrauchen. Dann brauche ich aber Geld. Verkaufen, 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 verkaufen. Ja, passt. Nehme ich mal das hier wieder. Weil das ist nämlich, ehrlich gesagt, nur so ein Unterstützungsschiff. Ist nicht sehr gut für den Kampf geeignet. Und das hier ist nur so ein Träger mit Jägern und so weiter. Wie kann ich den? Bauter komplett. Kommt schon, plätsch doch mal die Flak-Fregatten hin. Oha, oha. Was sollte denn mal so ein Kreuzer erforschen? Verdammt, die gibt es ja jetzt hier hinten ab. Fünf Militärlabors. Und kaputt. So, Flak-Fregatte, Flak-Fregatte. Wir gehen rein. Die Flak-Fregatten finde ich, ehrlich gesagt, einen gefährlichsten. Deshalb, äh, vernichte ich die auch als erstes. Ja, das Schiff machen wir halt auch mal. Das ist nämlich gleich hinüber. Das haben wohl meine Flak-Fregatten, äh, gerade angegriffen. Deshalb noch Schild. Äh, trotzdem die Flak-Fregatte. Wir gehen rein. Oha, ich hab nur noch drei Stück. Das waren mal fünf. Oh, meine Zeit ist jetzt auch, äh, genau jetzt leider schon wieder rum. Aber, äh, ich werde dann jetzt einfach mal wieder weitermachen und werde dann da, äh, zwei Parts draus machen. Aber nicht mehr A und B. Ich mach dann einfach, äh, fünf und... Ne, sechs und sieben war das dann. Sechs und sieben. Okay.